welcome to a new was heißt folge auf englisch eine neue folge to the forest with concord season nein season heißt stoffel was heißt in folge auf englisch hört man so oft es ist deutsch episode episode also episode ja das könnte ich dachte nicht nur ein anderes wort ich bin nicht so gut in die kommentare habe ich gerade schnell das lager noch mal lagerfeuer noch mal hin neu hingeklatscht weil ich das in letzter folge abgerissen habe am ende voll voll beabsichtigt weil es hat mich einfach gestört dass es war um ein zentimeter verschoben das hat mir nicht gefallen ja ihr müsst wissen concord ist wirklich ein perfektionist sieht man ja auch bei seinem was soll ich schon roller coaster sagen ein planet coaster ja gut das sehen sie ja nicht weil ich habe das ja nirgends wohl doch aufgenommen ja gestimmt habe ich es einmal aber ja eventuell hast du es jetzt bis diese folge erscheint er da vielleicht schon wieder folgen hoch gedau'n us aber ich habe seinen park gesehen und er war wirklich die detail verliebt sagt man es mal so gut ich überlege gerade kriegst du das irgendwie nach ich tue einfach mal bäume fällen bis du das dahin bekommst und machen wir es mal gleichmäßig die mal dahinter ich bin so gewohnt mit rechtsklick immer zu zielen aber das braucht man zuvor ist gar nicht in der fkg nicht so schnell nicht so schnell sag ich bleib doch mal stehen das könnte klappen bin gerade sehr überrascht von mir dass ich dich erwischt habe beim ersten schuss so das könnte klappen muss aber nicht das probier mal aus hast du noch paar holz klipp ja da hinten im wagen sind welche ja toll fahren noch weiter weg spaß ja ich wollte mal zur anderen seite fahren mit baum holen das ist bisschen symmetrisch nicht dass du dich denn wir beschwerst ach so ok ja ich glaub das sieht in ordnung aus obwohl ich glaube der vogel ist ein jahr fertig sein dann esse ich noch schon was ich mag jetzt die regale aufstellen damit ihr vielleicht das schaffen wir dann nächsten folge ich weiß nicht ob das so gesund war willst du damit sagen dass schwarze immer ungesund sind skull genau das werden wir zum kleinen rassisten wegen dir wird jetzt das video gesperrt wegen rassismus wegen mir wegen dir du hast es gesagt nicht ich das war deine auslegung also das bäume fällt ist schon geil in zur forest aber alter bisschen schneller die achse so für den arsch ja so eine motorsäge wäre schon ganz geil ich dachte es mal interessieren wie schnell es mit der motorsäge geht und wo du das benzin her bekommst das ist eine e motorsäge mit batterien und die batterien lädt man mit solarstrom auf ich wollte den wagen voll machen und dann manchmal damit den wagen zum bauprojekt bewegen aber ok so ist es viel umständlicher man so ich glaube ich brauche mal mehr pfeile her sonst war doch sowas hier wir können aber und wenn wir mal spazieren gehen gibt es auch so ein zelt platz das hatte ich eigentlich in dieser in dieser in dieser in dieser in dieser schaffel schon ja aber dass er mit letztem moment inventar gelöscht hat waren die weg und da gab es so viele richtig gute pfeiler so richtige metall pfeile die waren richtig fett davon hatte ich richtig viele und die könnte man eigentlich mal wieder suchen und auffüllen ja können wir gerne machen glaubst du es gibt immer noch den komischen pakt ist wenn du den wagen benutzt das würde manchmal in die luft fliegst weißt du es noch? ja das war ein zelt das war ein zelt ne 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 wahrscheinlich habe ich Fälle voll ah ok 30 Fälle ist wahrscheinlich das Maximum Muller jetzt wird ich spannend na erw� ist grad laut ja perfekt lol Gott! dieser voll schreck die Treppe ja schaut ihr mal die hand So leicht nach links und rechts gewerbt. Na, das sieht natürlich aus. Ja, das kann ich ja nicht beeinflussen. Das ist ja gewollt. Nee, nee, ich meine ja, das sieht irgendwie lustig aus. Sieht aber auch irgendwie besser aus, muss ich sagen. Unter diesen Umständen. Ja, das muss ich sagen. Moment, der Regen ist schon wieder vorbei. Und kein Wasser. Regale. Danke. Regale, wo sind meine Regale? Regale. Hä? Lol. Möbel. Also wenn man es eigentlich genau nimmt, so viele Vögel, also für Hungern tun wir doch nicht so richtig, ne? Nee, Vögel haben wir viele. Haben wir uns, vor allem, wir haben uns, wir können eigentlich, Baumhaus haben wir da eigentlich schon. Jetzt aber wäre ich jetzt doof. Das Baumhaus, das ha... Ah ja, stimmt, warte mal kurz hin. Es ist drin, äh, noch nichts. Sehr gut. Hey. Sag mal, die... Unser Regal, der muss doch bei... dem Möbel... da wir den Möbeln sein, oder? Jo. Ich hab irgendwie keine Regale. Nee, 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 bei Behältern. Achso, ehrlich? Bei Lagerung. Da ist kleiner Schrank und großer Schrank. Stimmt. Ja, gleich große, oder? Ja. Schrank eigentlich jetzt ran, oder? So ist es um vier. Ja, deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen freilassen, weil da steht da so komisch schräg, dann das... das stört mich dann einfach. Zack. Wie viele Schränke brauchen wir denn? Maximum. Maximum, immer Maximum. Wir könnten eigentlich eventuell auch hier einfach unsere, zum Beispiel, ähm, Waffenhalter... Ich hab's mir auch überlegt. Weil es gibt ja auch diesen, äh, Knochenkorb, Fäller, Standardlager, einfach nur ein Lager, Einfach so ein Lager, oder? Weil... Ja, aber... Ich sag mal, wir haben jetzt schon fünf Regale. Ja. Ich sag mal, zwei für Soda, zwei für Medizin und eins für... Aber denk dran, du kannst nicht... Du kannst immer nur drei Sachen, also wenn ich mir jetzt... Jetzt in meinem Inventar, da hab ich eins, zwei, drei Soda, drei Snacks, ne? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Alkoholflaschen. Wenn ich jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... Ich hab schon fast zwei Regale voll mit meinem Inventar. Also das verbraucht echt viel, deswegen wollte ich da so ein fettes Lager mit vielen Regalen. Gut, dann, aber würde ich vielleicht suchen, dass wir einfach hier um die Ecke die Regale... Dann ab der Hälfte oder sowas vielleicht irgendwas anderes. Also die Regale würde ich fast so stehen lassen, dann könnte man hier vielleicht nochmal so... Irgendwie links davon vielleicht so ein Pfeilkorb und rechts davon ein Knochenkorb, oder sowas? Warte, Sprengstofflager, das können wir... Der Sprengstoff braucht man mit so Sprengstoff... Ja, aber eh nicht, was wir alles da brauchen. Ich würde halt hier vielleicht in die Ecke noch ein Pfeilkorb, sowas? Den kannst du links in die Ecke. Links. Links. Du den mal links, weil da... Hätten wir vielleicht... Weil dann kann ich hier vielleicht, jetzt pass auf... Gut, eh, den Knochenkorb könnte man eigentlich lieber ins Lagerfeuer, oder wollen wir es ganz schön... Ah, naja, oder? Oder? Kannst du es vielleicht noch ein bisschen in die Ecke weiter hinter... Ja, ja, ne, ich dachte mir vielleicht so ein bisschen frei ist, ich kann nicht mehr so ein bisschen weiter vorne, nicht alles so in die Wand klatschen. Gut, eh, diesen Knochenkorb dann wirklich eher ins Lagerfeuer, oder möchtest du das lieber im Lagerhaus haben? Ja, ich habe diesmal erstmal... Also nur mal jetzt mal ganz besonders, ich habe vergessen einen Count anzusetzen diesmal. Ich wollte gerade eben fragen. Weil ich es mir gerade so mal... Ich tue mal jetzt, dann machen wir mal 15 Minuten, dann sage ich mal, oder? Naja, ähm... Und ja, vielleicht draußen. Weil das immer hier reintragen, ich weiß nicht. Ja, das ist halt das, ne? Felllager könnte man... Theoretisch hier eins in die Mitte... Ah, ich würde näher... Ja, genau, ein Felllager hinpassen. Äh... Nee. Vielleicht dann nochmal extra Bau... äh... Hausbauen. Was könnten wir hier noch? Äh, Felllager, Felllager, ich weiß nicht. Pfeile? Nisch. Pfeile könnte man noch mehr mal, also reicht ein Pfeilkorb? Eigentlich, eigentlich so... Naja, also, sag mal, 30 Pfeile hat man im Inventar. Ja, eben, und dann sammelst du die auch immer wieder mal auf, ne? WTF? Warst du das, oder warst du ein Eingeborener? Was? Das warst du, okay. Nee, hätte gedacht, ich hätte vielleicht ein Eingeborener gesehen, der da grad rum glatscht. Waffenhalter? Vielleicht ein Waffenhalter? Oder wirklich ein Sprengstoffhalter? Ich weiß ja nicht, was du alles da drauf tun kannst auf den Sprengstoffhalter. Ich geh mal davon aus, dass es Sprengstoff ist. Ja, aber was... was meinen die? Kannst du da jetzt auch diese... Ja, halt wahrscheinlich die Bomben da... Und in die Molotovs. Molotovs. Hm. Die Molotovs. Hm, oder einen ganz normalen Waffenhalter. Ja, einfach so in die Mitte irgendwie, dass es so ein bisschen ausschaut irgendwie schon. So, so schräg, also warte. Und dann links und rechts von zwei Kerzen. Ehrlich, ich hätte jetzt vielleicht sogar so gemacht, weil ich ehrlich gesagt habe keine Ahnung, was vorne und hinten ist. Das ist hinten hier. Bist du sicher? Das ist voll. Ja. Okay, ich vertraue dir da voll und ganz. Ich vertraue dir da voll und ganz, wenn du da sagst, dass das so ist. Jetzt bin ich schief. Scheiße. So, oder? Oder ein bisschen weiter rein, weil jetzt bin ich hier so ganz... Scheiße. Hm, ich glaube, es ist schon gepasst. So ist besser. Fällt mir eigentlich nicht. Ja, genau, es wird eigentlich so passen, ja. Ich fange jetzt schon mal aus. Wollen wir dann eigentlich hier auch noch ein Dach drüberhauen? Ja, ich darf bei allem ein Dach drüberhauen, aber irgendwie ist das so unterste Priorität für mich gerade. Keine Ahnung, warum. Ja, weil das Dachbauen, das war immer ein bisschen nervig und verforst. Ja, man kann jetzt aber vielleicht vorgegebener nehmen eigentlich. Achso, ich kann irgendwie. Boah, jetzt brauchen wir viel. Das ist jetzt, ja. Man kann, das ist voll nervig. Man kann jetzt von dem Wagen, kannst du jetzt zu viel Bäume, also wenn du dauerhaft eh drückst, nimmst du immer die anderen und lässt die anderen wieder fallen. Achso, ja. Jetzt lässt du diesen Stein, oh, hallo. Danke. 37 Sticks brauchen wir da. Da spinnt der Bub. Da spinnt der Bub. Gut, unsere, unser Stocklager ist schon sehr gut aufgebraucht. Na gut, zu verzellen und karten wir den. Ich hab's gedacht. Ah ja. Ja, es fehlen mir fünf Dinger. Gott sei Dank hatten wir den. Gut, und dann ist es eh schon leer. Das Ding. Jetzt können wir es wieder auffüllen. Sehr gut. Oh, die Ausdauer. Man kann relativ leicht, glaube ich, diese Energiedinger da machen. Wie ging das denn gleich wieder? Schick, Curry? Ich weiß es nicht. Toll, jetzt hab ich auch, wenn es die Sticks geholt, jetzt haben wir aber schon alles mit. Aber man braucht aber Alu-Avera dafür. Ach, nee, nee, das lass ich nicht machen. Ich kann da jetzt sogar die Dinghaut dran tun. Versteh ich jetzt nicht. Lizardhaut. Hast du jetzt ein Lizardhaut hingehangen? Nee, hab ich nicht. Ich auch nicht. Ja, aber man kann das ja als Rüstung hernehmen. Ja, ich weiß, ob ich dachte, die Knochenrüstung, aber wenn man so weit ist, ne, also das ist halt. Nee, ich hab jetzt Echsen. Ich hab so viel Echsenhaut. Einfach ein bisschen Platz dranhauen, dann hab ich diese Stealth-Rüstung. Besser wie nix, weil Stoff ist halt schon sehr grenzwertig. Weil es wird schon wieder dunkel. Ernsthaft. Ehrlich schon. Aber eigentlich können wir jetzt ungefähr klauen, weil... Ist das nicht immer so, wenn wir in der Folge aufgenommen haben und wenn's dunkel wurde, waren ungefähr die 20, 25 Minuten rum? Oder meinst du nicht? Ja, ich schon... Ich überleg' gerade, ob ich zuerst schlafe und dann esse, weil dann hab ich sowieso Hunger. Oder ob ich unterm Schlaf verrecken kann. Nee. Meinst du nicht? Kann man schlafen? Nein, wir können nicht schlafen. Also, aber ich kann schon mal speichern, wenn ich schon mal dabei bin. So. Ach, ist das ne schöne Aussicht. Wir haben schon ne geile Aussicht. Das muss ich schon sagen, ne? Hm. Ah. Doch, aus des Lagerhauses ist uns relativ gut gelungen. Muss ich schon sagen. Gefällt mir. Ja. Sieht gut aus. Dann noch ein paar Lichter reinhauen und so. Und wir haben immer noch Platz. Also es ist nicht beengt oder sonst was. Ist echt geil. Hm? Gefällt mir auch. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Ein paar bisschen Baumstämme rein, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Genauer. Ein wunderschöner Speer. Na gut. Was, 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 was ist das jetzt? Keine Ahnung, was ist das? Ähm. Energiemischung. Ah, okay. Scheiße. Jo. Ne, das blöde ist halt, dass man für Energiemischung halt auch Aloe Vera braucht. Was ist das nicht? Ne, eben nicht unbedingt. Das ist aber echt blöd, weil bei einer habe ich... Naja, stimmt. Was brauche ich denn? Ah, es gibt eine Energiemischung plus eine Energiemischung. Und die Energiemischung plus, die ist mit Aloe Vera. Und die normale Energiemischung ist ohne Aloe Vera. Ah, okay. Einfach mit Chicory und Sonnenhut. Das hat mir eh so viel. Eben. Ich mach mir da gerade richtig viel. So, wie viel hab ich denn da? Hä? Ja, da findet man richtig viel von den beiden. Äh. Ähm. Schlafen? Ja. Schlafen! Schlafen! Oh, es wird kalt. Schnell schlafen! Schlafen! Äh, ja, äh, äh, hier. Schnell, du hast kaltes. Schnell! Tod durch Frost. Oh, es hat aufgeregt regnen. Gut, ich hab nur Hunger und Durst und... Hä, müsste man hier nicht trinken können oder hast du schon getrunken? Es hat doch jetzt die ganze Nacht geregnet. Das funktioniert mal gut. Das erkennt Forrest nicht, das ist echt nervig. Ähm, haben wir Fisch oder so? Ne. Kann ich das essen? Ist das noch gut? Ja. Weg da. Ja, wie gesagt, das Getrocknete kann man immer essen. Das kann nicht schlecht werden. Das ist perfekt. Das hat mir jetzt aber nicht so viel gebracht, der ganze Lur. Ist das scheiße? Doch, mir richtig viel. Ne, ich bin nicht ganz voll. Aber, ich muss eben Wasser holen, also... Ja, ich hole auch was. Dann kommen sie mit, mein Junge. Moment, wie schaffe ich das jetzt, dass sich die Bären in den Beutel... Ach, wahrscheinlich ausrüsten. Hast du schon einen Bärenbeutel? Ja. Boah, wie unfair. Warum? Weil ich vorhin noch einen Haus aneinanderlegt habe. Ah, ey, es funktioniert. Nice. Ja. Nice. Nice. Gesch... Ah, je... Man kann das Ding sogar auffüllen. Lull. G-Shield-Kröten-Ding hat das. Ja, irgendwie schon. Oder... Hä? Warte. Verstehe ich jetzt nicht. Ah. Ach, jetzt... Jetzt regnet's rein. Okay, passt. Jetzt regnet's rein. So. Gut. Hier hat sich schon mal jemand angefangen zu hauen. Wahrscheinlich kam dann ein Angriff und dann... Ah, okay. Mit den einpflanzen kann man vergiftete Pfeile machen. Immer... Ernsthaft? Dann sterben die vielleicht schnell. Also eher gut. Weiß ich nicht, wie effektiv die dann sind. Ich kann's heute auch nicht sagen. Toll, jetzt liegt der Wagen da hinten. Warte, ich bringe dir. Ich bin eh schon da. Und... Ich hab duscht. Oh, äh... Bitte nicht trinken, weil ich brauche das. Ich hab mir das zum Kopf umgestellt. Äh... Gut, das ist schon fertig, glaube ich, bitte. Ja, ich weiß schon. Ich komm ja auch gleich. Wieso kann ich denn jetzt... Vielleicht kann ich nur den Topf drauf... Ach, ich weiß doch. Nicht warte, bis du das Feuer machst. Hä? Ich konnte es jetzt gar nicht trinken. Aber diese... Aber diese kleinen Bäume... Die ist wachsen irgendwie... Nein, also hast du das getrunken? Nein, hab ich nicht. Dann ist es verdunstet. Dann trinke ich das Regen aus hier. Hab ich keine Probleme zu warten. So. Ähm. Oh, hier ist auch nochmal ein Bären. Hast du deinen Topf? Ich hab meinen Topf. Ehrlich? Weil hier liegt ein Topf. Im Boden. Ähm, ernsthaft? Schau mal nach, ob du im Inventar einen Topf hast. Ich hab nen Topf, ja. Lol. Lol. Okay, dann häng ich da mal unseren Topf hin, weil da liegt einer auf dem Boden. Sehr gut. So, wo war denn der Vogel? Da, so. Cool, hab nen Topf. Okay. Da hat sich das wohl dupliziert? Ja, manchmal muss man auch Fehler ausnutzen. So. Sticks wieder ins Lager bringen. No. Ach, den Fall wollte ich mir jetzt gönnen, aber nein. Oh. Äh. Kannst du... Kannst du bitte das mal reparieren hier? Danke dir. Zack. Zack, 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 zack. So, Vogel, du bist jetzt dran. Jetzt soll ich keine Ausdauer mehr, jetzt muss ich erst mal chillen. Blut, sägen. Nein. Hast du nicht grad so viel Energie-Sachen irgendwie? Oh, ja, stimmt. So, jetzt muss ich das mal was abkochen. Das hat funktioniert. Wir müssen dann echt mal... Gucken, wo die Schnelltaste wird. Das wär mega nice, wenn ich die Energie, äh, Medizin, Energie und Waffe. Das wird es die drei wichtigsten Sachen. Also, Medizin ist, glaub ich, eh auf eins. Ehrlich? Ja. Ja. Das müsste, glaub ich, Standard-Ding sein, auf eins. Also, halt, Medikamente, also... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Du musst das natürlich nicht. Das kann man doch irgendwo... Ich hab das, der... Ich hab das, weil Staffel 1 hab ich das auch gemacht, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie. Ja, schon so lange her wieder, ne? Zwei Jahre? Nee, ein Jahr, nee. Nee, wie lang ist die erste Staffel jetzt her? Ein Jahr. Nur ein Jahr? Nee, obwohl... Ja, 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 ja. Ist schon länger her, wo wir uns gezockt haben, aber... What the fuck? Ein, eineinhalb Jahre ungefähr. Äh, ja, bei mir. Was? Bei dir? Bei mir backt das auch. Ich hab jetzt auch zwei Töpfe. Ehrlich? Und er ist leer. Nö, kein Bock, ich trinke es einfach mal. Wie bei mir. Ja, ist aber jetzt nicht gut, nicht, dass wir da noch tausend Töpfe da liegen haben am Schluss. Das darf nicht fruchtbar aufregen. Ja, also... Hm. Hier war doch noch ein Baumstamm, bin ich das bescheuert? Äh, jo. Ich wusste, was das kommt. Ach, hier. Ich wusste, dass das kommt. Ja, du kennst mich. Kannst du dir bitte mal mitnehmen, weil der ist voll und... Ah, nee. Hä, doch, der ist voll. Hä, wie dumm ist das denn? Und dann bauen wir unsere Regale. Na, so viel wird man nicht schaffen. Nee. 52 Baumstamm, ja, leck mich. Was, 52? Für so kack Regale? Oh, die sind ja... Ja, jedes Regal 8, das ist schon einiges. Fuck. Ja, wenig ist das nicht. Ja, genau. Das passiert ja, oder? Wenn du öfter auf E drückst und dann plötzlich... 2 kommen, 2 sind drin. Der Wind, der ist echt heftig. So, was können wir da alles reinziehen? Zeitlich eigentlich? Ähm, sind wir bei... Ja, 15 Minuten jetzt. Na, das war. Ja, was ist das? Ach, Medizin. Nee, die nehme ich mit, bitte. Da habe ich Soda. Schokoriegel. Du hast doch Medizin? Eins, ja. Krass. Den ganzen Scheiß-Tricken brauche ich einfach nicht. Na, auf Hardcore kriegt man, glaube ich, durch Essen hat kein Leben mehr. Weil ich glaube, auf normal... Ja, genau, da kriegst du auch... Ich glaube, durch Schlafen kriegst du ein bisschen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ein bisschen habe ich bekommen. Ich glaube, du kriegst immer so ganz wenig. Hm. Müsste ich mal drauf achten. Wie ist das eigentlich jetzt mit Bäumen nachwachsen? Wollen wir das demnächst irgendwann nochmal anmachen? Nee, noch nicht. Oder... Erstmal ein bisschen was wegfällen und dann... Erstmal was wegfällen und dann... Dann müssen wir erstmal die ganzen, äh... Man kann es ja trotzdem noch bestimmen. Selbst wenn wir Nachwachsen anhaben, wenn wir die Wurzeln wegschlagen, dann... Ähm... Verschreiß nicht. Nicht, dass jetzt gleich Mutanten kommen oder so. Das wäre heftig. Alles... Alles Niederreißen, was wir gerade gebaut haben, weil wir die nicht down kriegen. Also ich hätte 30 Pfeile, ich weiß nicht, ob die so genug Schaden machen, gegen solche Mutanten. Naja, ich weiß nicht. Hä, wieso habe ich nur zwei Pfeile? Lol. Ich sollte mal Pfeile bauen. Und vielleicht kann man... Also gefühlt würde ich sagen, der Pfeil macht kaum Schaden gegen diese Fische. Wir brauchen dann Stoff, dann kann man Monatow Cocktails und so bauen und dann... Dann kriegen wir die schon down. Naja. Stoff, ne? Das ist halt so eine Sache. Ja, wie gesagt... Könnte man halt wegen dieser Plantage machen, so eine Baumwollplantage und dann... Das wäre doch was, ja. Ähm... Wir haben jetzt aber diese Folge... Wir haben hier eigentlich geschafft, die Regale fertig zu machen, die Inneneinrichtung von unserem Lager, soweit. Ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlecht. Wir sind eigentlich gut dabei. Oh. Ähm... Ich darf fast sagen, dass wir dann nächste Folge sogar einmal schon mal ein bisschen einen Spaziergang machen und gucken, was wir so kriegen. Von... Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Vielleicht ein Stick Bag mal irgendwie oder ein bisschen Fell und wieder neues Fleisch und vielleicht mal ein bisschen markieren. Äh, Stick Bag hast du auch schon, ne? Oh nein. Du, doofer Baum. Ne, Stick Bag hab ich nicht. Was hast du nicht? Nein, weil ich... Erstmal weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Ich... Waren es nicht einfach zwei Rehs? Ja, ich hab noch nicht ein Reh in diesem... in dieser Staffel Xen. Also Xen schon, aber ich hab's noch nie erwischt. Am besten wirft man da wahrscheinlich ein Speer drauf. Ich glaub, die Pfeile macht nicht genug Schaden. Ja, ich weiß aber... Ich hab die da nie getroffen. Das ist mein Problem. Ah, ich glaub sogar, man braucht Hasenfell. Ja, da ist schon ganz vorbei. Weil Rehfell braucht man für den Wasserschlauch und für eine Speertasche. Man kann Speertaschen machen? Äh, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da sind sie grad gelaufen. Ich hab doch gewusst, dass du das verschrien hast. Ja, aber die greifen ja noch nicht an. Ich darf sagen, dass wir jetzt diese Folge beenden und... Nächste Folge dann mal einen kleinen Spaziergang unternehmen. Oder vielleicht mal eine neue Axt oder so suchen. Vielleicht mal... Gut, die würde wahrscheinlich irgendwie in einer Ding sein. In einer Höhle. Aber... Ja. Einen neuen Topf brauchen wir jetzt schon mal nicht. Das ist ja schon mal gut. Das mit dem Topf, das nervt mich. Krieg ich den Topf da weg? Ja, einfach deinen jetzigen wegwerfen, den dann nehmen und den anderen vergessen. Ins Meer runterwerfen, was weiß ich. Und unsere Fleischvorräte gehen so langsam zu Neiger. Da müssen wir auch mal wieder ein bisschen... Ja. Da wartet Teich, dass wir wieder ein bisschen Fische holen. Ja, das machen wir nächste... Nächste, nächste Folge. Ja. Gut, mal... Passt. Speichern. So. Zack. Hi. Hey. Hi. Perfekt. Bei mir ist die Tür immer noch verpackt, ne? Also die ist nicht zu. Nee, bei mir ist ja schön zu. Mal schauen. Nö, geht nicht. Warum kann ich hier... Lol, ich kann die... Ah, jetzt, jetzt, jetzt ist sie wieder zu. Man kann die Farbe auswählen. Bei mir war grad... Achso, ja. Lol. Ging schon mal. Das ist mir... Das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ich dachte, die sind immer gelb. So. Alles klar. Na gut. Blau als... Ja. Genau, dann... Viel Dank fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.